Er will dich folgen, wohin du gehst, stets bei dir bleiben, wo du auch stehst. Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, eine ganz kleine Datei aus Pentecost zum Memorisieren gedacht. Königreich der Himmel, besser Königreich der Himmel, oder manchmal bekannt als Reich der Himmel, aber Basilea Uranus heißt halt Königreich der Himmel. Israel wird auf verschiedene Dinge bezüglich Israel angewendet. Unter Nationen, heidnische Reiche, die reiche Israel und Judah, das Reich Satans, Gottes allumfassendes Reich, ein geistliches Reich, das tausendjährige davidische Reich, die verborgene Gestalt des Reichs. Wenn ihr dann da drauf klickt, dann wird hoffentlich das erscheinen. Warten noch ein kurzer, jawohl, da ist es. Das ist von I.D. Pentecost aus dem wunderbaren Buch Bibel und Zukunft. Das ist die komplette Ausgabe. Also das sind so Dateien, die ich machen werde zum Memorisieren. Und ich lese es vor für diejenigen, die besser hören können, wie lesen wegen den Augen oder beim Autofahren. Im Herrn Jesum Christum, einen guten Tag. Wir will dich folgen, wohin du gehst. Stets bei dir bleiben, wo du auch stehst. Stets bei dir bleiben, wo du auch siehst. Vielen Dank.